Das Hotel Canal Olympic liegt in Castelldefels in Katalonien. Das Hotel Canal Olympic ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Neun Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur neun Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon, das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Service 5,1 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,1 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,1 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.